Einen schönen guten Morgen, mein Name ist Christian Zoller, ich bin Analyst bei BörseDaily.de und ich präsentiere Ihnen den IMG Markets Morning Call für Dienstag, den 10. November. Gut, wir beginnen zunächst mit einem Blick auf den Monatschart. Wir sind hier im Vormonat Oktober am unteren Fibonacci-Ficker im Bereich von 11.450 Punkten wieder nach oben abgedreht. Wir konnten diesen Fibonacci-Ficker verteidigen, genauso wie in den Vorjahren. Wir sind hier in den Vorjahren immer wieder nach oben abgeprallt, auch bei längeren Abwärtskorrekturen. Nur nun im Frühjahr mit dem Coronavirus-Crash haben wir diesen Fibonacci-Ficker nach unten durchbrochen, sind aber genauso schnell, wie wir hier nach unten eingebrochen sind, wieder nach oben angestiegen und konnten dann in der Folge auch hier den Fibonacci-Ficker wieder zurückerobern, sowie auch die Ichimoku-Wolke dann nach oben durchbrechen. Nach dem Kursrutsch vom Vormonat Oktober sind wir dann im Bereich von 11.450 Punkten wieder nach oben abgedreht und befinden uns nun hier im Bereich von 13.100 Punkten knapp. Wir konnten am Vortag im Tageshoch 13.300 Punkte knapp erreichen und damit befinden wir uns hier im großen Bild wieder im enormen Widerstandsbereich um 13.400 bis 13.800 Punkte knapp. Gut, wir gehen dann eine Zeitebene tiefer an den Wochenschart. Im Wochenschart haben wir die rote Markierungslinie bei 13.120 Punkten, die dunkelrote bei 13.560 Punkten, das wären dann also die nächsten beiden Signallinien, sobald wir uns über 13.120 Punkten dann stabilisieren können und diesen Bereich dann erobern können, wäre die nächste Anlaufmarke bei 13.560 Punkten und solange wir unter der roten Markierungslinie bleiben, unter 13.120 Punkten bleiben, wäre dann der nächste Korrekturbereich auf der Unterseite bei 12.600 Punkten. Im Bereich von 12.600 Punkten haben wir auch noch das offene Gap auf der Unterseite, insofern wäre das auch eine ideale Anlaufmarke, was das Gap betrifft. Dann machen wir weiter mit dem Tagesschart, da sind wir nun aus dem langfristig fallenden Trendkanal nach oben ausgebrochen, sogar per Gap ab nach oben ausgebrochen. Das untere Gap befindet sich nun hier bei 12.600 Punkten, wie gerade schon erwähnt und wir sind dann kräftig weiter angestiegen Richtung 13.300 mit dem Tageshoch dann bei 13.297 Punkten. Der DAX ist damit einmal enorm überkauft und auf der anderen Seite kann man auch hier erkennen, wie wir uns hier im Widerstandsbereich befinden. Und zu beachten ist, dass wir hier knapp in 7 Handelstagen vom Verlaufstief bei 11.450 Punkte bis 13.300 Punkte knapp um 1.850 Punkte angestiegen sind, also ein enormer Punkteanstieg in nur wenigen Tagen, was eben auch auf die enorme Überkauftheit im DAX hinweist, dann zudem hier die untere Kurslücke im Bereich von 12.600 Punkten, die dann bei einer normalen Abwärtskorrektur das erste Anlaufziel sein sollte. Solange wir uns aber dann hier im Tagesschart über dem 50er EMA bei 12.586 Punkten aktuell bzw. dann über dem 200er EMA bei 12.386 Punkten aktuell aufhalten, ist dann mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Erst mit einem Durchrutsch unter den 50er EMA würde sich die Lage für den DAX dann wieder etwas eintrüben und langfristig eintrüben würde sich die Lage für den DAX sobald wir dann hier unter den 200er EMA bei 12.386 Punkte fallen würden. Solange wir uns über dieser roten Linie aufhalten, wäre dann langfristig mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Gut, bei der ganzen Euphorie im DAX sollte man auch immer einen Blick werfen auf den S&P 5100, auf den breit gestreuten US-Index, der sich nun hier genau im Bereich des oberen Fibonacci-Fächers bei 3.600 Punkten befindet. Wir sind am Vortag bei 3.550 Punkten aus dem Handel gegangen, hatten aber im Tageshoch bereits bei 3.645 Punkten gelegen, also etwas über den Fibonacci-Fächer, sind dann aber wie bereits zuvor öfter wieder direkt nach unten unter den Fibonacci-Fächer abgetaucht und dürften nun hier das untere offene Gap schließen und dann möglicherweise wie zuvor bereits wieder den Bereich hier anlaufen, um den 50er EMA im Wochenchart im S&P 500, der aktuell bei 3.192 Punkten notiert. Dieser obere Fibonacci-Fächer, der ist von besonderer Bedeutung, hier sind alle wichtigen Aufwärtsbewegungen der Vorjahre immer wieder ausgelaufen, insofern dürften wir möglicherweise auch hier nach einem erneuten Abpraller vor einem längeren Rückgang stehen und wie gesagt dann hier die Blaulinie anlaufen, so wie wir das bereits in den Vorjahren immer wieder getan hatten. Sollte der S&P 500 diesen oberen Fibonacci-Fächer bei 3.600 Punkten nicht nachhaltig erobern können, dann wäre mit einem Rücklauf zu rechnen, der dann natürlich auch Einfluss hätte auf den deutschen Leitindex DAX, der sich ja aktuell, wie wir gerade gesehen haben, ebenfalls in einer Widerstandszone befindet und auch dort möglicherweise dann vor einem neuen Rücklauf steht. Gut, dann noch ein Blick auf den jüngsten COT-Report, der am Freitagabend für den 3. November publiziert wurde. Daraus ging ja vor, dass die Commercials ihre Short-Positionen im S&P 500 im Wochenvergleich deutlich abgebaut haben, aber unterm Strich immer noch kräftig Short aufgestellt sind und die Kleinanleger ebenfalls netto Short aufgestellt sind und ihre Short-Positionen minimal im Wochenvergleich gesenkt haben. Das deutet eher darauf hin, dass im S&P 500 wahrscheinlich nochmal ein Kursrückgang bevorsteht, was sich dann auch eben mit dem möglichen Abpraller dann am gerade eben genannten Fibonacci-Fächer decken würde. Zu beachten ist allerdings, dass der COT-Report immer mit einer Woche Verzögerung publiziert wird und insofern der realen Entwicklung etwas hinterherhängt. Gut, und damit wären wir dann erstmal wieder durch mit dem ING Markets Morning Call. Ich melde mich dann möglicherweise noch mit Updates zu den Long- und Short-Bereichen, je nachdem, wie dann die Entwicklung im DAX in der Nacht stattfindet und dann am morgigen Mittwoch wieder mit dem ING Markets Morning Call. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg im heutigen Handel und bis morgen.